Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Jungfrau, gerade als du dachtest, es sei an der Zeit, langsamer zu machen, zu vereinfachen und zu planen, nimmt das Leben wieder Fahrt auf. Deine fantasievolle Seite nimmt Fahrt auf und du bist hin- und hergerissen zwischen Stabilität und Kreativität. Dein künstlerischer Geist will sich nicht durch Verlangsamung einschränken lassen, und dieser innere Konflikt mag schwierig zu lösen sein. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass diese beiden Aspekte deiner Persönlichkeit nicht gegensätzlich, sondern in Harmonie miteinander arbeiten können. Wenn sie zusammenarbeiten, kannst du sowohl deine geerdeten als auch deine kreativen Ziele erreichen. Bei deinem Streben nach Ausgeglichenheit und Selbstfürsorge ist es wichtig, auf dein Skelettsystem zu achten. Wie fühlen sich deine Knochen an? Für die Ernährung deiner Knochen gibt es verschiedene Ansätze, wie ZB eine ausreichende Calciumzufuhr. Auch Tiefengewebsmassagen und chiropraktische Behandlungen können die Knochengesundheit fördern, sofern sie für dich zugänglich sind. Sie regen die Durchblutung an und schenken den Nervenenden im Bindegewebe, das Knochen und Fleisch verbindet, Aufmerksamkeit, was die Gelenkschmierung und das allgemeine Wohlbefinden der Knochen verbessert. Diese Methoden können dir helfen, dich mit deinen Knochen verbundener zu fühlen und die Gesundheit deines Skeletts zu erhalten. Die nächsten drei Wochen versprechen gute Beziehungen zu anderen Menschen sowie allgemeines Glück und viel Erfolg. Diese Zeit markiert den Beginn einer besonders günstigen Phase für dich und ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, Chancen zu nutzen und kalkulierte Risiken einzugehen. Alle Unternehmungen, die du jetzt unternimmst, könnten sich in der Zukunft als sehr lohnend erweisen. Es ist an der Zeit, aus deiner Komfortzone auszubrechen, dich von der Couch zu erheben, den Fernseher auszuschalten und mit deinen Lieben zusammen zu sein. Wenn es möglich ist, Zeit miteinander zu verbringen, solltest du überlegen, ob du deine Inliebste in zu einem Erlebnis einlädst, das die Monotonie unterbricht. Nutze die Gelegenheit, um über eure üblichen Grenzen hinauszuwachsen und Dinge auszuprobieren, die ihr noch nie gemacht habt. Sei mutig und lass den Funken der Liebe zwischen euch neu entfachen. Eine Welle positiver Energie schwappt heute über dich hinweg und bringt dir wunderbare Überraschungen von den Sternen. Unerwartete gute Nachrichten könnten eintreffen, sei es ein lang erwartetes Jobangebot, ein finanzieller Glücksfall oder eine herzerwärmende Nachricht von einem geliebten Menschen. Genieße diese glücklichen Momente und lass sie dich daran erinnern, dass das Leben voller schöner Überraschungen ist. Vertraue dem Universum und du wirst feststellen, dass es ein Händchen dafür hat, dir unerwarteten Segen zu bringen, wenn du ihn am meisten brauchst. Diese unerwartete Wendung des Schicksals wird deine Laune heben und deinen Tag erhellen. Die Mondfinsternis im Stier ermutigt dich heute dazu, Menschen oder Situationen loszulassen, die für dein Leben nicht mehr wichtig sind. Dieser Prozess kann von Momenten der Traurigkeit begleitet sein, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Universum vorübergehend Personen entfernt, die nicht mehr mit deinem Weg übereinstimmen. Diese Personen werden eine Chance haben, wieder in dein Leben zu treten, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Außerdem steht Merkur im Skorpion gegen den rückläufigen Jupiter im Stier, was dazu führt, dass die Dinge bedeutender und komplexer erscheinen, als sie tatsächlich sind. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Das Ast der Schwerter steht für Klarheit, Durchbrüche und die Kraft des Geistes. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute mit geistiger Klarheit ausgestattet bist und das Potenzial für einen bedeutenden Durchbruch hast. Sie steht für eine Zeit der tiefen Einsicht und einer neuen Perspektive. Das Ast der Schwerter ermutigt dich, deinen Intellekt und dein logisches Denken einzusetzen, um Verwirrung zu durchbrechen und Lösungen für Herausforderungen zu finden. Es erinnert dich daran, dass die Kraft deines Verstandes zur Wahrheit und Klarheit führen kann. Neben dem Ast der Schwerter haben wir den Magier. Diese Karte steht für Manifestation, Einfallsreichtum und die Macht, deine Realität zu erschaffen. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Fähigkeiten und Talente nutzen kannst, um deine Wünsche zu verwirklichen. Der Magier fordert dich auf, an deine Fähigkeiten zu glauben und deine Ziele proaktiv anzugehen. Er erinnert dich daran, dass du die Mittel hast, dein Schicksal zu gestalten und deine Visionen zu verwirklichen. Schließlich haben wir noch den Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du wieder an die Zukunft glaubst und eine Verbindung zu einer höheren Führung hast. Der Stern ermutigt dich, Hoffnung zu haben und an deine Träume zu glauben. Er erinnert dich daran, dass du, wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, Inspiration finden und einen Weg einschlagen kannst, der dich zur Erfüllung führt. Zusammen bilden das Ast der Schwerter, der Magier und der Stern eine kraftvolle Kombination aus geistiger Klarheit, Manifestation und Hoffnung für die Zukunft. Nutze heute die Energie des Ast der Schwerter, indem du deinen Verstand und dein Denken einsetzt, um Klarheit über die Herausforderungen zu gewinnen, vor denen du stehst. Suche nach Durchbrüchen und neuen Perspektiven. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Magiers, indem du proaktive Schritte in Richtung deiner Ziele unternimmst und an deine Fähigkeiten glaubst, deine Wünsche zu verwirklichen. Nutze deine Kreativität und deinen Einfallsreichtum, um deine Realität zu gestalten. Kanaliere die Energie des Sterns, indem du Hoffnung und Vertrauen in deine Träume und Bestrebungen hast. Lass dich von deiner wahren Bestimmung inspirieren und wähle den Weg, der dich zur Erfüllung führt. Diese Deutung steht für einen Tag der geistigen Klarheit, der Manifestation und der Hoffnung für die Zukunft. Lass dich von der Energie des Ast der Schwerter inspirieren, indem du nach Klarheit und Lösungen suchst. Nutze die transformativen Qualitäten des Magiers, um proaktiv auf deine Ziele zuzusteuern. Nutze schließlich die Führung des Sterns, um Hoffnung und Vertrauen in deine Träume zu haben und deiner wahren Bestimmung zu folgen. Erinnere dich daran, dass dein Geist ein mächtiges Werkzeug für Klarheit und Manifestation ist. Wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, kannst du Inspiration finden und eine Zukunft schaffen, die deine Wünsche erfüllt. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von geistiger Klarheit, kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!